Ich bin Céline Stampfli und ich verbinde mit dem Frauenstimmrecht einen grossen Erfolg, der eigentlich gefeiert werden sollte. Mega cool. Ungerechtfertigt. Unverhältnismässig oder unerklärlich. Das ist eine unglaublich grosse Zahl. Ja, das ist wirklich nicht viel. Das ist sehr viel vorher, bevor es die Schweiz geschafft hat. Das ist eigentlich noch recht viel später, als das Frauenstimmrecht überhaupt eingeführt wurde. Das ist unglaublich, dass wir das in der heutigen Zeit nicht anbekommen, als das ausgeglichen ist. Das ist ein Zeichen, dass wir an Rahmenbedingungen arbeiten und dass hier wirklich noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen.